Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11934 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich will einfach nur Spaß haben und lasse mich von niemandem aufhalten. Ich will einfach nur Spaß haben und lasse mich von niemandem aufhalten. Ausdauer kann helfen, mit Stresssituationen besser umzugehen und gelassener zu bleiben. Ausdauer kann helfen, mit Stresssituationen besser umzugehen und gelassener zu bleiben. Versteht ihr nicht, dass ich Angst vor einer plastischen Operation habe? Versteht ihr nicht, dass ich Angst vor einer plastischen Operation habe? Ein paar Meter von unserem Büro entfernt befindet sich ein Restaurant. Dort verbringen wir unsere Mittagspause. Das Lernen ist jetzt erstmal vorbei. Das Lernen ist jetzt erstmal vorbei. Gestern war meine Prüfung und ich habe sie bestanden. Das Lernen ist jetzt erstmal vorbei. Gestern war meine Prüfung und ich habe sie bestanden. Warum drehst du mir den Rücken zu? Willst du nicht mehr mit mir sprechen? Warum drehst du mir den Rücken zu? Willst du nicht mehr mit mir sprechen? Ist das Telefon nur Dekoration oder kann man damit telefonieren? Ist das Telefon nur Dekoration oder kann man damit telefonieren? Ist das Telefon nur Dekoration oder kann man damit telefonieren? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Danke. 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 Danke.